Wir schreiben das Jahr 1704. Friedrich der Erste, König in Preußen, ist ein Freund von Prunk und Pomp und bereitet gerade eines seiner rauschenden Feste vor. Zur Mitternachtsstunde möge ein Feuerwerk den Himmel taghell erleuchten. Ein pyrotechnisches Meisterwerk, wie es Berlin seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Und Tauben. Ich wünsche, dass sich während des Feuerwerks 200 weiße Tauben in den Himmel erheben. Das wird großartig, phänomenal, ein denkwürdiges Fest. Davon wird man in Berlin sprechen. Doch damals wie heute kommt doch immer irgendetwas dazwischen und seien es nur die lästigen Staatsgeschäfte. Eure Majestät, es ist Zeit für die Staatsgeschäfte. Ach nein, doch nicht jetzt. Seht ihr nicht, ich bereite ein Fest vor. Sie dulden leider keinen Aufschub. Wer sagt das? Seid ihr der Landesfürst oder ich? Wenn ich sage Aufschub, dann Aufschub. Mit welchen wichtigen Angelegenheiten das Bergvolk aus dem Sauerland den König behelligt und wie die Bürgerschützen in den heutigen Märkischen Kreis kommen, das seht ihr ab dem 12.03.2021 auf allen Kanälen des Märkischen Kreises. Kreis. 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 Kreis.